Hallo euch allen, das sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Rivals-Serie. Das neunte Spiel der Championship-Reihe steht an. Wir haben eine Drei-Sterne-Herausforderung. Bis zur Halbzeit sollen wir mit mindestens drei Punkten in Führung liegen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir mit sechs Punkten, beziehungsweise den fünften Bonus-Stern, wenn wir sogar mit neun Punkten in die Halbzeit gehen. Huh, neun Punkte Führung ist ein Brett. Und es steht unentschieden. 14 zu 14. Wir haben einen ersten und zehn an der eigenen 45 Yacht-Lied. Im zweiten Quarter sind noch drei Minuten und 40 Sekunden zu spielen. So, wir starten. Wir müssen uns hier verdammt beeilen. Johnson und Cooper von links auf einer Slant. Fitzgerald geht Richtung Ensona. Und wir gehen über die Mitte. Weil an der 48 Yacht-Linie No Huddle aufhörens der Cowboys. Wir versuchen tief zu gehen, schauen uns an, was die Safeties machen. Wäre wunderschön gewesen, wenn er Mike Cooper noch sich noch ein bisschen am Blocken beteiligt hätte. Hat er aber nicht. Daher haben wir einen ersten und zehn an der 18 Yacht-Linie. Wir gehen per Audible in einen Slant. Achten auf Johnson. Der Ball auf die Außen. Touchdown Dallas Cowboys. Das ging schnell weg. Und da mussten wir nur warten, bis sich Johnson in der Endzone gelöst hatte. Wir versuchen die Two-Point-Conversion. Achten auf Johnson links im Slot. Breskett will selber gehen und scheitert. Okay, wir haben nur eine Sechs-Punkte-Führung. Den fünften Stern gab es ja für eine Neun-Punkte-Führung. Das heißt, wir sind hier immer noch im Rennen. Mit einem Field-Goal würden wir das hier immer noch hinbekommen. Der Kick auf der Cowboys. Wichtig, der Blick auf die Uhr. 2,43 haben wir noch zu spielen. Der Ball an der 8 Yacht-Linie jetzt. Der Return und der ist gestoppt an der 24 Yacht-Linie. Erster Versuch und zehn für das EA Sports Team. Der Ball an der 24 Yacht-Linie. So, und wir versuchen hier aggressiv vorzugehen. Blitzen mit dem Thunder Smoke. Rosslisberger, der Quarterback. Und es wird erstmal gelaufen. Jayon Smith kompromisslos. Zweiter Versuch und zehn. Wir gehen in eine Cover-Two. Wir nähern uns jetzt schon dem Two-Minute-Warning. Druck auf Big Ben. Zu viel Druck. Da wird er den Ball zwar noch los, um den Sack zu verhindern, aber nicht mehr wirklich kontrolliert. Dritter und zehn. Kurz vor dem Two-Minute-Warning. Die Chance hier auf ein Three-And-Out. Wieder kommen die Cowboys-Verteidiger. Das ist mal ein Pass-Rush. So, vierter und zwanzig. Von der eigenen 14 Yacht-Linie. Die Punt-Unit ist auf dem Feldlong, steht auf der Goal-Line. Also, alles richtig gemacht bei der Defense der Cowboys. Elliott an der 35. Nimmt den Ball auf. Retourniert. Der ist immer noch auf den Beinen. An die 40 Yacht-Linie. Und wie gesagt, wir brauchen nur ein Field-Goal für die neun-Punkte-Führung zur Halbzeit. Dann dürfen wir aber auch keine Punkte mehr kassieren. So, wir... Ah, b-b-b-b-b, der Play-Action, der gefällt mir nicht so sehr. Wir starten mit einem Four-Vertical. Jowin attackiert die Mitte. Wir achten auf Johnson im Slot rechts. Jowin ist gut gecovert. Der Ball geht raus. Zu Sieg Elliott. Harter Hit an der 33-Yacht-Linie. Zweiter Versuch und drei. So, beide Teams haben noch alle drei Auszeiten. So, Johnson und Cooper von links auf einer Slide. Fitzgerald kommt von der rechten. Ball geht zum Tide End. First Down, der geht ins Ausland, der 28. Neuer Airstone 10 für die Cowboys. Ich würde ehrlich gesagt auch gerne noch mal ein bisschen laufen. Und das machen wir jetzt auch mit dem Halfback-Base. Lauf über die rechte Seite. Boah, keine Lücke. Ein Jahr Raumgewinn mit Mühe und Not für Elliott. Zweiter Versuch und zehn. Wieder Johnson und Cooper auf einer Slant. Der Blick geht hier hin, wie sich die Linebacker verhalten. Johnson mit dem Catch. Jetzt sind wir in der Red Zone. Dritter und zwei. Ein RPO. Elliott. First Down. Und mehr. Und viel mehr. Touchdown. Dennis Cowboys. Boah, das war natürlich jetzt perfekt. Wir haben jetzt eine 12-Punkte-Führung. Auch hier der Versuch der Two-Point-Conversion. Cooper von links auf einer Slant. Jowin unsere Absicherung. Und das klappt am Mike Cooper. 28 zu 14. Wir haben eine 14-Punkte-Führung. 26 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit, um die es ja hier geht. Kick auf der Cowboys. Mehr an die Linie jetzt. Der Return. Der ist beendet an der 29. Wir haben noch 22 Sekunden auf der Uhr. Erster Versuch um 10. Für das EA Sports Team. Und wir gehen mal weiter aggressiv dran. Versuchen wieder Wastelsberger unter Druck zu setzen. Boah, das ist ein weiterer Sack. Und ein freigeschlagener Ball. Fumble. Ballbesitz. Dallas Cowboys. An der 23-Yard-Linie. Großartiges Defense Play. So, per Audible gehen wir in einen Double Slant. Ball geht zum Tiedent. Der geht ins Aus an der 13-Yard-Linie. Ah, der war nicht im Aus, aber da lassen wir die Uhr jetzt runterlaufen. So, wir gehen mit einer 14-Punkte-Führung in die Pause. 1, 2, 3. Stern Nummer 4. Stern Nummer 5. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.